Kapitel 47 Vielleicht wird es dich interessieren, Hermine hatte auf jegliche Abfindung verzichtet und ich konnte sie, genauso wie dich, nicht auffinden. Springe einmal über deinen Stolz und gib ihr ihre Freiheit, immerhin war Astoria alleine deine Schuld. Sein Vater hatte längst die Fliege gemacht und Draco konnte sich bildlich vorstellen, wie Lucius sich vor dem Kamin im Musikzimmer entspannte, wissend, wie aufgewühlt er Draco zurückgelassen hatte. Er wollte unbeteiligt sein, er wollte zu Melinda nach Feierabend zurückkommen und in ihren Armen vergessen. Er wollte diese Unterschrift setzen und ein freier Mann sein, aber Draco hatte eine ganz neue masochistische Ader an sich entdeckt. Liebe betrank er sich und quälte sich in einer nicht existenten Ehe. Merlin sei Dank, musste Melinda nichts davon wissen. Nochmal ihre schrille Stimme könnte ich innerhalb einer Woche nicht ertragen. Und nun saß er im versifften Muggelpub in einer Pariser Seitengasse und trank seinen Frust weg. Die Scheidungspapiere lagen noch immer verkleinert in seiner Sarkoinnentasche und drückte ihm auf den Brustkorb. Er konnte sie jetzt unterschreiben und dieses Problem für immer loswerden, Granger für immer loswerden. Doch immer dachte er an seine hinterhältige Tat, ihre Tränke zu manipulieren, und er war so gar nicht stolz auf sich. Dieses miese Karma kam sofort zurück in Form von Greengrass. Draco holte die Papiere hervor und vergrößerte sie so unauffällig wie möglich. An einem so versifften und einem Malfoy absolut unfürdigen Ort achtete sowieso niemand auf ihn. Seine Augen scannten nun schon zum hundertsten Mal die Dokumente, aber wirklich endgültig die Entscheidung besiegeln wollte er nicht. Und das Schreiben wurde sich für immer von Lucius ergen lassen. Er rollte die Augen. Es war alles Lucius' Schuld, soll er mich doch versuchen zu zwingen. Ein Schatten legte sich über seinen Tisch und ließ ihn aufschauen. Ein Mann in einem skottischen Anzug und mit einem Schnurrbart stand direkt vor ihm und blickte auf ihn hinab. Genervt starrte Draco zurück. Einen Abend wollte er wirklich alleine für sich sein und sein Selbstmitleid in billigem Whisky ertränken, und dieser simple Wunsch war ihm nicht vergönnt. »Hart der Arbeitstag?« fragte der Fremde und zog ungefragt an den Hocker heran und setzte sich Draco gegenüber. Draco blickte unter schweren Liedern den Fremden an und fand einen viel zu gesprächigen Mann vor, der vielleicht zehn Jahre älter war als er selbst. Der Fremde wirkte auf den ersten Blick viel zu gepflegt für diesen Ort und viel zu glücklich obendrein. Er nickte abrupt und senkte seinen Blick wieder auf den riesigen Elefanten auf seinem Tisch. Die Scheidungspapiere Mit einer Handgiste ließ der Fremde einen Kellner zwei weitere Whiskys bringen und musste Draco neugierig. »Eine Bar ist kein guter Ort, um über Geschäften zu brüten.« Er linste neugierig auf das Pergament, und Draco rollte es schnell wieder zusammen, nur um es ungeschickt in voller Größe in seine Jackentasche zu stecken. »Nur ein wenig privater Kram.« Draco seufzte. Er wusste nicht, warum er auf den Fremden einging. Wahrscheinlich, weil er sich sehr einsam in Paris lebte, vielleicht weil sich selten jemand so für ihn interessierte und nicht nur für sein Geld und seinen Status. Der Mann zog eine gelb-golde Augenbraue hoch. »Lass dich nicht auffressen, Kumpel. Ich bin übrigens Jean«, sprach Jean trotz französischen Namen im einwandfreien Englisch. »Draco«, sprach er mit schwerer Zunge und griff nach dem vollen Whiskyglas. »Ha«, lachte Jean auf. »Deine Eltern sind besonders kreativ, wa?« Draco zog ein Gesicht bei der Erinnerung an Lucius und Narcissa. Kreativität hatten die beiden genug. »Entspann dich, Kumpel. Was hast du auf dem Tisch?« Er blickte neugierig zu Dracos ausgebeultem Sakko, dort, wo die Schaltungspapiere lagen. Draco ließ seinen Kopf stöhnend in beide Hände sinken. »Ich lasse mich von meiner Frau scheiden«, murmelte er. Ausgesprochen hatten die Worte beinahe eine ganz neue Bedeutung angenommen. Er schmeckte die Worte »Frau« und »Scheidung«. Es klang in seinen Ohren nach, als wäre es nicht er, der den Satz eben gesagt hatte. Jean zog beide Augenbrauen überrascht hoch. »Das ist ernst, Kumpel. Hat sie dich betrogen?« Dracos Augen schnappten hoch. »Nein, Mann! Sie war... Sie ist... Sie ist gegangen.« Sein Blick war eisiger, als er geplant hatte, und Jean hob abwehrend seine Hände. »Hey, alles locker. Wenn du reden willst, ich sitze hier.« Draco hob eine Hand und winkte ab. Der Alkohol begann zu wirken und entspannte ihn. »Sie ist nicht die Rede wert. Ich unterschreibe die Papiere und bringe es hinter mich.« Er beäugte Jean von oben bis unten. »Warum trägst du einen Schottenrock?« Jean stützte seine Ellbogen an der Tischplatte ab und beugte sich vor. »Ich komme von einer Mottofeier im schottischen Stil.« Er machte eine Pause und nahm Draco stärker ins Visier. »Eigentlich willst du dich nicht scheiden lassen?« Er hatte es als Frage formuliert, aber es war vielmehr eine Feststellung. »Wer hätte gedacht, dass es in Paris solch geschmacklose Partys gibt?« Draco verzog seinen Mund, als hätte er auf etwas Saures gebissen, vielmehr aus Rache an Jean, dass dieser ihn so schnell durchschaut hatte. Als Jean ihn mit erhobenen Augenbrauen musterte, lenkte Draco schließlich ein. »Ich will, aber ich kann nicht.« »Du kannst nicht?« »Ich kann nicht. Ich kann ihr die Freiheit nicht geben.« Er griff nach seinem Glas und trank den Rest auf X. Jean beugte sich über den Tisch und blicke Draco tief in die Augen. »Bist du sicher, dass es das ist? Für mich sieht es nämlich schwer nach Gefühle wegtrinken aus.« Der eisige Wind kroch unter ihren Wollmantel, aber Hermine straffte dennoch ihre Schultern. Sie befand sich in einer Londoner Seitengasse, einen Verbindungspunkt zwischen einer Muggeleinkaufsstraße und der Winkelgasse und gestattete sich einen Zug von ihrer Zigarette. Eigentlich hatte sie dem Rauchen abgeschworen, seit sie Aurora hatte, aber die Malfoys wussten sie effektiv in den Wahnsinn zu treiben. Und so war sie kurzzeitig in alte Muster verfallen. Als ihre Zigarette ausgebrannt war, schmiss sie sie in eine Schneepfütze und machte sich auf den Weg in einen kleinen Pub, wo sie Narzissa Malfoy treffen würde. Eine innere Unruhe machte sich in ihr breit und ließ sie schwer atmen. Sie wusste, von diesem Treffen hing die Zukunft ihres kleinen Mädchens ab. Hermine zog sich die Kapuze tief ins Gesicht und betrat den schmuddeligen kleinen und recht unbekannten Pub. Hier drehte sich niemand nach ihr um. Einsamme Gestalten saßen noch mittags über ihren Getränken und interessierten sich nicht für das Leben anderer. Deswegen war es der perfekte Ort, auch Narzissa würde es zu schätzen wissen. Hermine blickte sich im dämmerigen Raum um und entdeckte in einer Nische eine schmale Gestalt, gehüllt in einen, wenn auch schlichten, aber für diesen Ort viel zu edlen Umhang. Eindeutig Narzissa, die wohl nicht recht den Treffpunkt abschätzen konnte. Sie steuerte auf die Frau zu, die ihren Kopf erst hob, als Hermines Schatten auf sie fiel. Die Frau blickte auf und Hermine sah grüne Augen an. Ein dichter, mausbrauner Pony fiel in ihr Sichtfeld und maskierte damit Narzissa perfekt. Sie war verdammt gut. Zugegebenermaßen, so viel Weitsicht hatte Hermine ihr nicht zugetraut. Hermine setzte sich auf den knarzenden Stuhl gegenüber und winkte dem Barkeeper zu, der ihr sofort einen Whisky brachte. Dafür kamen Zauberer und Hexen her, um sich in Ruhe zu betrinken und den Alltag zu vergessen. Das war ein Ort, wo man hinging, wenn man nicht gesehen werden wollte. Narzissa blickte sie hart an, aber Hermine ließ sich davon nicht einschüchtern. Sie war das letzte Jahr alleine wegen Malfoy durch die Hölle gegangen und nun dachte Narzissa, sie schikanieren zu können. Wortlos griff Hermine in ihre Umhangstasche und ließ Auroras Armband auf den Tisch vor Narzissa fallen. Narzissa blickte nur stumm auf das Schmuckstück herab. Ich glaube, sie sind einem Irrglauben verfallen, sprach Hermine hart und unnachgiebig. Narzissas Blick blieb an der zarten Kette hängen. Die Frau rospete sich und sah sie forschend an. Miss Granger, flüsterte sie schneidend. Sie können dieses Spielchen mit meinem Mann oder meinem Sohn spielen, aber mich werden sie nicht täuschen. Ich weiß, dass Aurora am 13. November zur Welt kam. Ich weiß, dass sie Dracos Tochter ist und nun weiß ich, dass sie sie wohlweislich verstecken vor meinem Mann und meinem Sohn. Hermine zuckte zusammen, als Narzissa ihre ganze Wahrheit ins Gesicht spiel. Ihre Hand drückte das Armband auf dem Tisch zusammen und sie musste sich zusammenreißen, nicht hier und jetzt Narzissa zu obligieren. Sie wissen gar nichts, presste Hermine vor. Narzissas Schultern fielen ein Stückchen zusammen und ihr Blick wurde unmerklich flehend. Die Frau vor ihr streckte ihre dürre Hand über den Tisch nach Hermine aus, der bei der Berührung ein Schauer über den Rücken lief. Narzissa ergriff ihre Hand fast bittend, ein wenig verzweifelt. Hermine, bitte schließen Sie mich nicht aus. Hermine versteifte sich. Was sollte sie tun? Was ihr kaltheitig genug, Auroras Großmutter ihrer Existenz vorzuenthalten, einer weiteren Person in ihrem kleinen Kreis, die sie kennenlernen wollte, unabhängig davon, wie Auroras Mutter war. Aber ihre Angst, dass die Malfoys ihr Mädchen wegnehmen würden, überwog. Sie musste Aurora vor Draco schützen. Hermine ordnete ihre Miene und sah so unbeteiligt wie möglich die Frau an. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen, Mrs. Malfoy. Sie machte anstalten, sich zu erheben, aber die Hand der anderen Frau schnappte vor und hinderte sie daran, sich zu erheben. Die Hand schloss sich entschlossen um ihr Handgelenk und Hermines Augenbrauen zogen sich zusammen. Bitte. Die grünen Augen sahen sie verzweifelt an. Wovon haben Sie Angst? Hermine presste ihre Lippen zusammen. Hermine, ich verspreche Ihnen, ich werde Draco nichts sagen. Ich möchte sie nur sehen. Hermines Herz zog sie zusammen. Könnte ich es riskieren? Seufzend ließ sie den Kopf hängen. Narcissa kannte bereits die Wahrheit. Merlin weiß woher. Und sie war sich sicher, Narcissa würde weitergraben und irgendwann würde sie Aurora nicht mehr verstecken können, spätestens wenn sie nach Hogwarts kam, wo Lucius im Elternrad saß.